Herr Rückauer, wofür haben Sie zuletzt demonstriert? Für die Gehaltserhöhung der Erzieherinnen. Wo ist der schönste Ort in Freiburg? Bei uns zu Hause. Wo ist das? In der Kirchstraße, nähe des Annaplatzes. Haben Sie ein Tattoo? Nein. Was stört Sie an Ihrer eigenen Liste am meisten zurzeit? Dass wir nicht ausreichend strukturiert sind, nicht als Verein organisiert und alles selbst erledigen müssen. In drei Worten, was ist gut an Ihrer Liste? Christliches Fundament, eine ganze Menge an Leuten, die sehr engagiert sind und gute Inhalte. Wer steht auf dem Listenplatz hinter Ihnen? Ein junger Mann aus Nigeria, Ken Ejeboga, sehr sympathischer Mann. Und was kann er besser als Sie? Ich glaube, moderieren. Gefallen Sie sich auf Ihrem Wahlplakat? Sie selbst anzuschauen ist immer ein bisschen schwierig, ja, insgesamt schon. Schauen Sie bitte einmal so wie auf Ihrem Wahlplakat. Was war Ihr letzter Post auf Facebook? Ich bin nicht bei Vatzeburg. Wie viele Straßenbahnlinien gibt es in Freiburg? Fünf. Aus wie vielen Staaten leben Menschen in Freiburg? Etwa 170, 171 ist die letzte Zahl, die ich gelesen habe. Und woher kommt die größte ausländische Gruppe? Türkei nehme ich an. Wie viele Windräder gibt es in Freiburg? Sieben. Wann waren Sie das letzte Mal in der Kirche? Jeden Sonntag. Und wie oft lügen Sie? Dieses Mal nicht. Wo gibt es in Freiburg den besten Döner? An der Kreuzung Günthersthal-Schillerstraße. Das letzte Mal. Untertitelung des ZDF, 2020